Hallo und herzlich willkommen zur Nerd-Gemeinde. Also wir sorgen jetzt für die Unterhaltung. Ich steck in der Scheiße. Wir werden Androhung von Gewalt Part 3 den Zacken spielen. Sag ihm das mal, der soll mich nicht mit der Spitzhacke anstupsen, sonst kriegt er eine Faust. Ne, ich will lass es. Zacken spielt den. Das ist kein Töpflicher. Okay, ich mach jetzt mit Erd den ersten Gang rein. Kommst du dir jetzt eigentlich direkt hoch? Nein. Ich geh jetzt erstmal hier rein, hier ist schön. Hier ist schon so. Schaut doch schön aus. Hä, das ist ja Endschwert zu finden. Ich hasse diese Trommel. Und dann kommt dieser Klockenschlag später noch. Pssst. Mein Nervenkostüm ist zu dünn. Scheiße. Das geht mir viel zu schnell. Schaffen wir halt noch. Ich spreche dich noch mal so. Der Laufen wird's ja psychisch am Ende. Ja. Ja. Wir müssen dann noch beim Auto heimfahren. Oh Gott, stell dir mal vor, wir kriegen Panik mitten im Wald, wenn wir durch den Wald fahren. Stell dir vor, du kriegst im Wald einen Hut. Boah, hör mir aus. Ich glaub ich sterb das erste Mal, wenn ich ihn seh. Ich geh auch rein, was. 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 Oh, wenigstens hast du mich drüber. Es gibt mindestens ein Telefon, was man mitnehmen kann. Ja, es ist ein Telefon. Ja, es ist ein Telefon. Das ist ein Telefon. Was ist das? Das Zeug geht viel schneller, Alter. Hey, wenn ihr grad was beschleifen wollt, dann meine Haut steht zur Verfügung. Was wird das hier sein? Ah, da war ich drin, das hab ich nicht mitgenommen, oder? Hm. So, wir hatten schon zwei. Ich find den aber nicht. Fick dich, die Lampe. War er das? Ja. Nein, meinst du, der tut mir so. Hey, wenn die hier hochkommen und die Tür aufgeht, dann darf ich springen hier. Ich mach sie die Schlüsselacke drauf. Ich komm doch nicht runter. Du kommst gar nicht hin. Ich sehe aber auch die Schlüssel nicht. Der ist für einen Lagerflug der Stuttgart. Das ist ein Lagerflug. Ja, hier hinten kann man, hier. Blauer, der bestimmt wieder. Das ist der für oben. Ja, ist der für oben,ja. Wer ist oben? Lauf, lauf doch! Warte, warte, immer noch mal! Hier ist die Sackasse, gell? Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Waaaaa! 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 Wir haben ja schon fast alles, wir noch zwei. Rechten wir auf. Theoretisch. Man muss nur acht von zwölf finden. Nee, aber wir hatten alle Gegenstände und alle zwölf verschiedene Mal gehabt. Einmal. War hier was? Nee. Wegen nem Scheißhaus war doch mal was. Das hast du schon gehabt. Nein, der Teddy. Nein, hier ist ein Keller Teddy rum. Da. Schau uns mal auf gehen. Jetzt steht da gleich hinten an der Enkel. Äh, da gehört mich jetzt gleich instern. Naja, muss ich sagen. Da musst du jetzt in den Keller runter. Scheiße. Keiner im Keller. Alle. Läuft auf dich nicht. Ah! Wieso? Wieso? Läuft nicht mit den Armen? Läuft wieder hin! Läuft wieder hoch! Läuft wieder auf dich! Läuft wieder hoch! Läuft wieder hoch! Hier nicht links, es geht zurück. Hier nicht links, es geht zurück. Hier nicht links. Scheiße. Ja, da vorne geht es wieder links. Da geht es hinten in den Keller. Geht dann links, da vorne sitzt links. Da kommt es in den Keller. Ja, oben drauf, dass da unten steht. Wo weiter überall ist? Weiß es nicht. Links in der Sackgasse. Viel Glück. Viel Glück. Ne, links links. Scheiße. Wenn einer da steht, mach einfach das Licht auf den Aufdruck. Hier war es, gell. Oh, ja. In die Blätter kannst du nicht gehen. Nein, links links. Das ist eine andere Treppe. Ja. Sicher? Ja. Ja. Kannst du nicht. Ja. Ja, wir sind da. Was? Wir standen da noch. Ja, Scheißhaus. Da links ist nur ein Scheißhaus. Alter, du hast es. Alter, du hast es. Du hast sieh. Du hast es. Du hast es. Das ist das, wo ich hier gewähren. Mhm. Ich gehe jetzt mal hier rechts. Oder was? Oder was? Oder was? Oder was? Hier? Was? Oh, genau. Einen. really. ��를ifen, zusammen. Wir hattenatel? Scheißdinge, alter. Steh? We 효äß deshalb, wir sind draußen. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind bei einem kleinen Nachschlag. Dann zache ich mir jetzt nochmal einen Drunk-Vote, den haben wir gar nicht erkämpft. Wir wissen selber nicht, was das ist, oder? Wir haben keine Ahnung, was das ist. Ich habe jetzt schon Angst. Ich habe jetzt erkämpft, tapfer, also mit einer riesigen... Ich glaube, ich habe nachher eine Netzwangsnerose, eine Psychose und der gleiche. Und du willst mit mir nicht nur zum Beessen gehen danach, Alter? Lieber allein ins dunkle Bett legen. Oh Gott, wie das schon anziehen. Das ist immer so blau. Ja. Das ist nicht irgendwie... Okay, das wird nicht gut. Das ist kein Schlüssel mehr da. Das ist kein Schlüssel mehr da. Da. Da, 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 da. Ich finde das jetzt so ein Clou... Ah, da rechts. Schau mal hinten rechts. Ich finde das jetzt so ein Clou. Scheiße, jetzt sind wir wieder vorbei. Gewittert noch? Ja. Als wärst du da jetzt im Mittag. Das ist jetzt so weit. Geht das so weit. Vielleicht lagen wir schon. Die Musik zum Beispiel manchmal. Habt ihr auch gehört? Ja, ein bisschen. Der war einfach... Die wussten wir haben da. Einmal draufstecken. Hält doch eine Kackwurst im Klo. Die hatten wir von auf hier fehlt vorhin. Ich glaube wir haben bei der zweiten Aufstieg im Keller irgendwas übersehen. Ich wette diese Treppe, da hättest du noch oben. Nein! Boah! Was war da jetzt bitte Trunk-Mode? Ich hab keinen Cloud gesehen. Und hier? Ah! Ja, laufen wir da richtig genau. Schau ihn doch nicht an. Ich mag ihn nicht mehr. Du machst das weit. Hier bist du tot. Der geht nicht weg. Ich musste aber raus wieder wo der ist. Das ist richtig. Ja toll. Deswegen musst du euch einen Scherz kebst du Arsch. Macht der Licht aus dem Laut. Laufen hier vorbei. Jetzt checkt der gar nicht. Wow! Seht ihr wie es kriselt? Das gleiche wie ich vorher doof bin. Dummer Wichser. Können wir nicht mal in die Gegend eigentlich sein. So, am nächsten Mal stehe ich mit der Gatling da. Hat hier irgendeiner programmiert auch? Slender mit einer AK-47. Ich finde heute echt nichts. Wo ist der, wenn der Schlüssel nicht da ist? Da war der Schlüssel! Wenn der Schlüssel nicht da ist! Du bist wieder in die Sackgasse weit. Ich laufe jetzt mal hier hoch. Vielleicht geht die Tür ja einfach auf, wenn der Schlüssel da ist. Da ist ein Stift. Ist das noch nahe oder nicht? Klick jetzt gleich mal. Kann man daneben? Das können Sie ausprobieren. Wieso hab ich gesagt, ich will spielen? Fick dich, ich verkrügel dich! Okay. Oh mein. Wenn meine Haare nicht zu Berge stehen bin, München. Heute hab ich nichts besonderes gesehen. Bis dann. Ciao.